Deswegen hast du die Züge mal. Achtelfinale im EA Cup heute. Wolfus und Frank Buschmann sind live für sich dabei. Und das bei einem Spiel, das ich überhaupt nicht einschätzen kann. Nur eins ist klar, früh ausscheiden, da wollen sie beide nicht. Motivationsprobleme sollte es also keine geben. Es geht ans Achtelfinale. Wie schätzt du die Chancen der Team Seinbuschi? Ausgeglichen trifft es, denke ich. Beide Mannschaften haben die Chance auf die nächste. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Jetzt müssen sie aufpassen. Und da gibt es jetzt den Einwurf. Sauber vom Ball getrennt hier. Webo. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Okazaki. Voller Einsatz. Aaaaaah. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Es geht ein Wurf. Es geht ein Wurf. Es geht ein Wurf. Das könnte die Chance werden. Er geht abseits. Er hat die Möglichkeit. Er versucht es. Klasse hier aufgefasst vom Torwart. der Angriff. Der Angriff. er war keine gefahr mehr gut gelöst sie suchen das loch in der abwehr webo das sah gut aus bis hierhin aber jetzt haben sie den ball verloren er passt ihn auf den flügel und er gewinnt den zweikampf gibt es jetzt die gelegenheit weil draußen haben sie gelaufen nicht schnell in der raunen jetzt haben sie den ball verloren webo das könnte die gelegenheit geben dann nimmt eben die kugel von fußbuschi gut reagiert vom tor die linke jetzt wird es gefährlich finde den mitspieler kein problem mehr verteidiger aufgepasst wird das seine tor chance da kommt der schuss da passt der klasse gut den ball hier im mittelfeld erobert konnte man gut sehen er steht da abseits schade webo das mit dem voraus hat er sich geholt ist scheiß stürge chance erst mal vorbei der spieler ist dazwischen gegangen den angriff block der abklasse aufgepasst das hätte eine gute gelegenheit geben können aber jetzt ist der ball weg jetzt kann es gefährlich werden doch sie streifen und gibt es jetzt die führung ein unfassbares tor sie haben sich heute so viel vorgenommen und jetzt das rückstand im die kampfspiel und eins ist klar wolf jetzt muss möglichst schnell der ausgleich her so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weiter geht nicht gut vom verteidiger der spieler ist starflanker abgefangen klasse technik das war der gut klasse reagiert den schuss kann er parieren klar dass sie die führung ausbauen wollen jetzt gibt es eckball gute möglichkeit also und jetzt der schuss freistoß entscheidung korrekt ja das war abseits der ball ist weg gibt es jetzt einen gegenangriff sie scheinen sich den gegner zurecht legen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke das war einfach und er hat den ball das könnte gefährlich werden da verlieren sie den ball den ball holt er sich jetzt können sie gleich den ball einwerfen der ausgleich gibt natürlich besondere mutter die motivation hier ist alles möglich das hat er stark mit dem inriss gemacht er kann das eben auch mit gefühl und technik und damit alles auf anfang es steht 1 zu 1 sehr gut aufgepasst jetzt gibt es den endspurt drei minuten nachspielzeit geschnitt abseits schön riesig ich bin gespannt wie sich die partie jetzt entwickelt vielleicht können wir den vorsprung ja halten ich habe mich auch fast so einig gemacht nein der ball geht daneben die golle ist noch rechtzeitig gesucht wir haben 4 1 gewonnen und der luca und die haben zusammen vier scorer punkte geholt 2 golle von luca und eine von mir aufgeladen 2 golle von luca und eine von mir aufgeladen das könnte der gelegenheit werden kein guter ball und daher kein problem für die abwehr der spieler ist dazwischen gegangen schön jawohl er passt ihn auf den flügel sehr gut reingespielt gute flanke auch stark vom abwehrspieler jetzt hat er drei kräfte rausgefunden beim flanke wird das seine torchance jetzt ist der ball dort auf weg gut aufgepasst und verteidigt okazaki schöne ball michael oh 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 hilf mir hilf mir blab blab